Dass wir hier sitzen und reden und kein Fernseher läuft, das ist schon eine Weile her. Wie wär's, wenn du Freitag früh nach Detroit fährst? Wie viel? Zehn. Jemand, der weiß, was er tut, schießt nur, wenn er auch trifft. Wayne? Verschließ die Tür! Sie haben ihn deutlich gesehen. Ein Auftragskiller der Toronto-Mafia. Ohne Sie können wir nicht mal bezeugen, dass er hier war. Lass nie etwas unerledigt. Glaub nie, dass man sich nicht an dich erinnert. Sie erfüllen die Voraussetzung für unser Zeugenschutzprogramm. Sie wollen uns von ihr fortbringen? Und jetzt checken Sie hier unter Ihrem neuen Namen ein. Was, wenn wir nur Köder für Sie sind? Was meinst du damit? Was, wenn das FBI nur darauf wartet, dass uns diese Verrückten finden, damit Sie sie schnappen können? Wissen Sie, dass wir hier sind? Was willst du? Ein paar Informationen. Los geht's! Stehen bleiben! Weißt du, wovon ich lebe? Ich erschieße Menschen. Manchmal für Geld, manchmal nur so. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020